Portable, intuitiv und vollgepackt mit neuen Funktionen ist das DLRO2 eine großartige Ergänzung Ihres Werkzeugkastens. Beim Testen mehrerer Verbindungen kann es zu Mikroohm-Unterschieden kommen, die bei Verwendung eines Durchgangsprüfers möglicherweise nicht auftreten. Anstatt mehrere Messungen an mehreren Anschlüssen durchzuführen, können Sie mit dem neuen Differenzmessgerät mehrere Ergebnisse mit einer ersten Messung visuell vergleichen, um den prozentualen Unterschied in Ihren Ergebnissen zu sehen. Das Differenzmessgerät kann Probleme aufzeigen, bevor der Fehler auftritt und ist somit perfekt für Ihr präventives Wartungssystem geeignet.